In diesem Video möchten wir über das Thema Küchenmaschinen sprechen. Platzsparende Küchengeräte liegen im Trend. Manche Modelle sind Rührgerät, Smoothie Maker, Gemüsereibe und Pasta Maker in einem. Für dieses Video haben wir die Küchenmaschine Prospero Plus vom Hersteller Canwood genauer ausgewertet. Was sie alles kann und wo ihr sie günstig bekommen könnt, schauen wir uns jetzt an. Die Canwood Küchenmaschine wird durch zahlreiche Aufsätze zu genau der Maschine, die man gerade braucht. Das Modell ist zusätzlich mit einem integrierten Schneebesen und einem Fleischwolf ausgestattet. Alle Empfehlungen aus diesem Video findest du auch ganz übersichtlich unter dem Video in der Infobox. Dort siehst du ebenfalls das aktuelle Top-Angebot zu diesem Produkt, sowie alle wichtigen Infos und hilfreiche Tipps. Aktuell könnt ihr, je nach Angebotszeitraum, auch etwas Geld sparen. Ein Blick in die Videobeschreibung lohnt sich also auf jeden Fall. Weiterhin viel Spaß mit diesem Video. Die Prospero Plus von Canwood überzeugt optisch und die eingebaute Rührschüssel sieht hochwertig aus und bietet für etwa 4 Liter Inhalt Platz. Dieses Modell hat verschiedene Varianten und je nachdem, für welche Variante man sich entscheidet, ist unterschiedliches Zubehör mit dabei. Beispielsweise eignen sich die unterschiedlichen Rührhaken für die verschiedenen Teigsorten. Welcher Haken für welche Sorte geeignet ist, kann man in der Betriebsanleitung nachlesen. Um die Haken zu wechseln, muss der obere Teil der Maschine aufgeklappt werden. Hierfür wird der Hebel an der Seite der Maschine betätigt und der Deckel klappt dann nach oben. Anschließend kann dann der Haken einfach abgezogen und ein neuer eingesteckt werden. Auch um den oberen Teil der Prospero Plus wieder herabzulassen, muss der Hebel betätigt werden. Ein weiteres Extra für die Canwood Prospero Plus ist der Fleischwolf. Dieser kann zusätzlich erworben und anstelle der Knethaken installiert werden. Der Fleischwolf wird mit nach oben geklapptem Maschinenkopf verwendet und kann sowohl zur Produktion von Hackfleisch als auch für Keksteig verwendet werden. Auch ein Entsafter kann im Zubehör zusätzlich mit erworben werden. Dieser ist dann ebenfalls ein Aufsatz für den Hochgeschwindigkeitsanschluss und hilft bei der Herstellung von frischen Obst- oder Gemüsesäften. Wenn ihr mehr zu diesem Thema erfahren wollt, klickt auf die Links in der Videobeschreibung. Die Leistung des Gerätes beträgt 1000 Watt und die Artikelmaße sind 28 x 24 x 15 cm. Mit der stufenweisen Geschwindigkeitskontrolle und der Plus-Funktion kann man so jederzeit die Geschwindigkeit kontrollieren und Gerichte für bis zu 6 Personen zubereiten. Es gibt zwei Anschlüsse für insgesamt 11 optionale Zubehörteile. Im Lieferumfang mit dabei ist ein dreiteiliges Patisserie-Set. Es besteht aus K-Haken, Rührbesen und Knethaken. Mit dabei ist auch ein zerkleinerer, ein Glas-Mix-Aufsatz, ein Fleischwolf, einen Safter und Spritzschutz. Die Kenwood Haushaltsgeräte zeichnen sich durch ihr spülmaschinenfestes Zubehör aus. Als Material werden oft Edelstahl, Glas und Plastik genutzt. Alle Ersatzteile und das Zubehör kann beim Hersteller direkt nachgekauft werden. Die Nutzer loben, dass die Prospero Plus eine sehr vielseitig einsetzbare Küchenmaschine ist. Durch kleine Details wie den Spritzschutz mit der eingebauten Öffnung zum Nachfüllen hebt sie sich von anderen Geräten ab. Das besondere Feature hier ist, dass man die Küchenmaschine zu einem Mixer, Entsafter, Fleischwolf oder Zerkleinerer in einem machen kann. Das spart Platz in der Küche und man muss auf keine Leistung verzichten. Über einen Daumen nach oben sowie ein Abo freuen wir uns natürlich. Bis zum nächsten Mal auf Meinungsheld.